Willkommen zurück zu Folge 7 in Minecraft Asia. Für Sonntag müsste die Folge sein. Ich habe soweit aufgenommen, dass... Oder? Kommt heute eine Folge? Ja, heute kommt eine Folge. Samstag ist heute. Und für morgen noch eine und für nächste Woche nehme ich noch zwei auf. Dann habe ich da mal wieder vorgesäugt. The Crew kommt morgen auch wieder. Habe ich auch gestern noch fünf Folgen aufgenommen, dann passt es wieder. Ja, geht wieder alles. Wir haben den Spielstand noch. Alles Paletti. Wo waren wir stehen geblieben? Hausbau, Kellerbau, Kohle. Genau. Das Problem Kohle. Hier unten ist es mir zu unsicher. Ich muss hier, glaube ich, noch eine Fackel hinmachen. Sonst spawnen hier irgendwelche Viecher nachts noch. Was ich noch gucken möchte, genau. Das hier räume ich hier rein. La, 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 la. Holz brauchen wir auch nicht. Das kann alles mal hier rein. Die Kohle und das nehme ich mal mit. Das auch. So etwas haben wir hier nicht. Die Eisenspitzhacke, die habe ich wieder raus, genau. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Ähm. Neue Spitzhacke. Bisschen Erde nehme ich mit. Einen Stein müssten wir noch hier haben. Genau. Da haben wir auch noch Sticks. Und die Crafting Bench ist hier drin. So. La, la, la. So. Noch ein Pickaxe. Und dann... Komm, wir machen noch eine. Was soll der Geiz? Brauchen wir sowieso. So. So, dann haben wir das. Und... Ich weiß, ich kann aus Holz auch Kohle machen, aber ich weiß nicht, ob ich auch aus Holzkohle Fackeln machen kann. Da müsste ich mich mal ganz kurz hier... Ah ja. Frage beantwortet. Gut. Holzkohle geht also auch. Ich weiß nicht, soll ich dann schon mal brennen? Ich habe zum Beispiel hier ja so viele Sepplings. Könnte ich ja... Also ich habe ja, also da kann man ja mal... Hier den halben Stack. Aber... Wo ist der Ofen denn? Der ist noch hier drin. Stelle ich jetzt mal kurz hier noch dran. Hier. Hier da so. Und... Dann müsste das so gehen, ne? Ja, steht natürlich zu keinem Verhältnis. Okay, zwei Sepplings und dann haben wir 16 Kohle. Gut. Dann lassen wir das mal brennen, bis wir wiederkommen haben wir 16 Holzkohle. Wir gehen da mal da unten nochmal in die Höhle rein. Weil ich möchte da eine bestimmte Steinsorte holen, die ich in der letzten Aufnahme übersehen habe. So, und jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das war. War das hier? Nein. Wo war es denn? Ich glaube hier. Ne, da war es nicht. Das war eine andere Höhle. Hier irgendwo war doch der Eingang. Hier ist, da vorne sind Spalten. Okay, hier hat man das Spinnen gehört. Oha. Nochmal eine Höhle. Da waren wir noch nicht. Da bleibe ich jetzt auch mal draußen. So, hier ist... Ah, hier haben wir... Oh, hier ist aber schön. Gut, wir haben hier sogar Biome-Blumenwiese. Nicht schlecht. Ah, unser Platz ist echt schön hier. Hm, 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 da ist nochmal eine Höhle. Also hier wird es uns nicht langweilig. Ich glaube hier war es irgendwo. Hier war der Stein. Das ist da dunkel, ne? Komm, ich mache das hier nochmal aus. Gibt es auch die Steinzahle nicht? Den Stein will ich nicht. Ich will... Den anderen. Wo ist er denn? Oder besser gesagt, wo ist die Höhle, wo... Dieser Stein zu finden ist? Ich glaube, das war hier weiter. Und dann war da vorne nochmal eine. Nö. Hä? Ja, wo ist denn das Teil jetzt? Ja, das war schlau. Hier? Hier sieht es gut aus. Genau, hier war es. Hier, wo nämlich der Creeper und so war. Ah, da ist jetzt ein Zombie. Sag mal. Oder treibt. Jetzt sind die auf einmal Zehntausende von den Viechern hier. So, ist das? Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Wo wird hier... Ach, cool, hier wird allzu hell. Ähm... Ich möchte... Die Ride haben. So, was ist das? Äh, falsch. Das ist Die Ride, genau. Den möchte ich haben. Dann benutzen wir nämlich als Boden für unser... Na, wie heißt's? Für unseren Keller. Und das ist eigentlich ein schöner Steinboden. Das ist mal was anderes als der Cobblestone. So ist aber wenig. Nehmen wir da noch. Ich hab die auch ein bisschen kleiner gemacht, weil die sind sonst zu viel. Und soll's ja hier nicht gut gehen. Soll ja ein Zerwal-Projekt sein. Und dann... Sonst... Da vorne ist noch. Gehen wir da mal weiter. Na ja, stimmt. Die Schlucht, da muss ich auch noch... Ein bisschen erforschen da unten. Aber erst, wenn wir gute Ausrüstung haben. Sonst gehe ich da nirgendwo hin. Das bringt sonst alles nichts. Ich will auch so lang versuchen, wie möglich hier nicht zu sterben. Sonst, äh... Ja. Fände ich das nicht so geil. Oh. Oh. Ah, hier wäre dann die Höhle weitergegangen. Oh, da ist Kohle. Okay, hier ist nix, aber da ist Kohle. Und die hole ich mir. Oh, die habe ich auch noch übersehen. Nimm mal reinschreiben, wenn ihr Kohle seht. In die Kommentare. So brauche ich, brauche sie nämlich. Die ist unentbehrlich. Ich habe nämlich keinen Bock dauernd Holz zu fällen. So, hier ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Da ist ein Krippermann. Das ist der falsche Stein. So. Ich habe kein Essen mitgenommen. Ich folge, Idiot. Na, egal. Wir gehen ja wieder nach Hause. Aber der Stein wird sowieso nicht reichen. Da muss ich noch ein bisschen buddeln gehen, da unten. So. Was macht eigentlich unser Fällchen? Ups. Okay, hier ist noch nicht so viel. So, wie sieht es hier aus? Genau, 16. Wie ich es gesagt habe. So, jetzt haben wir hier noch 16 drin. Können wir hier auch noch die hier verbraten. Folster. Genau. Dann mache ich mir daraus schon mal Fackeln. Oder aufs Kohle fackeln. Ich weiß es nicht. Das als Brennmaterial. Ich glaube, die haben gleiche Brenneigenschaften. Eigentlich müsste das so sein. Ich kann mich auch täuschen. So, Sticks. Also, da hatten wir noch Planken. Ich muss mal weiter von der Maus weg, weil die hört man so arg in der Aufnahme. Ich muss das mal später bei Audacity ein bisschen... Komm, machen wir gleich ein Stack. Ich muss das ein bisschen mit dem Filter raus machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, Steak. Gut. Dann haben wir das. Ich habe gemerkt, dass ich die... Viecher hier lauter stellen muss. Die hört man arg wenig in der Aufnahme. So, Blöcke. Sonst passt das eigentlich alles. Das kann man auch noch kurz ein bisschen lauter stellen. So, da haben wir Fackeln. Machen wir wieder einen Shader rein. Äh, mitregen. So. Hier hinten auch noch einnehmen. For safety. Hier gehen wir kurz pennen. Können ja schon. Jo. Gute Nacht. Oh, guten Morgen. Und ich muss immer gehen, wenn ich hier aufstehe. Ja. So. Ähm. Glas könnte ich mal holen. Also Sand da unten. Das wäre mal das nächste. Wie viel braucht man denn? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Neun. Zehn, elf. So, hier noch. Ach, dazu wären 19, 22, 24 und nochmal sechs dazu sind 30. Das heißt, zwölf Sand reichen. Dann haben wir das alles mit Glasscheiben zu. Machen wir noch mehr. So, habe ich eine Schaufel. Ne, ich habe gar keine Schaufel. Das geht ja mal gar nicht. Ich habe ja hier noch. Okay, das war der Ofen. Lala. Zwei Schäufelchen. Genau. So, und die Hoke kann man eigentlich da lassen. Die brauchen wir nicht. Gut. Dann gehen wir mal runter zum Strand. Über die Bäume. Huah. So. Wo können wir denn hier am besten was wegmachen? Ich glaube das hier. So, ich mache das mal auf den Slot da unten. Dann sehe ich, wie viel wir haben. Huch. Da, da. Ah, das geht ja schnell. Oh, ich. Viel zu viel, aber egal. So, das lassen wir mal. Sonst noch irgendwas, was ich brauche? Ach, da vorne. Das ist nur, ja, das ist nur ein Satt, glaube ich. Ich dachte, es steht nur für ein Backbench. Gut. Dann machen wir mal weiter da oben. So, ein paar Fensterchen reinkriegen. Es wird zu kalt nachts. So. Hu. Das wäre das nächste. So, die packen wir jetzt mal hier rein. Und da rein. Gut. Den Rest packen wir auch hier rein. Ja, 25. Passt. Sieben Eisen. Stimmt, die kann ich ja jetzt schmelzen. Okay, wenn das fertig ist, dann können wir. Hu. Also, dann haben wir ja irgendwas wieder geschafft. Dann machen wir das so. So. Toll, jetzt fehlt mir einer. Dann haue ich mal den Boden hier raus. Gucken wir mal, wie das aussieht. Doch, das kann man machen, oder? Doch, das geht. Das passt für den Keller. Hier können wir dann sogar so ein bodenhohes Fenster machen. Finde ich jetzt auch geil. Toll. Haben wir hier noch Cobblestone. Hier. Da geht uns auch schon wieder aus. Wir müssen mal wieder irgendwo buddeln gehen. So haben wir hier am Boden ein hohes Fenster. Oder wir können die das auch... Ne, wir lassen das so. Dann haben wir die hier auch überall. Und hier wollte ich ja einen Eingang machen. Wenn man hier die Thronen hat, dann machen wir hier den Eingang hin. Ja. So, und dann haben wir... Hier den Workbench. Einmal Treppe. Und hoch. Einmal so. Oh, die sieht ja aber cool aus. Nicht überall die Textur. Das finde ich jetzt auch cool. Nicht schlecht. Und dann hier... Hier dicht. So. So. Genau. Dann kann man hier eine Tür rein sagen. Wir haben noch gar keine Tür. Fällt mir auf oben. Wie sieht denn hier die Türen aus? Türen. Da war gerade Tür. Die Eichenholztür sieht hier glaube ich noch am besten aus. Ich weiss gar nicht. Hier sind die anderen. Schwarzeichenholztür. Haben wir nicht. Wir haben kein Schwarzeichenholztrobenholz. Haben wir auch noch nicht. Ein Fichtenholz. Die hat kein Fenster drin. Nehmen wir die Eichenholztür. Da kommen ja jetzt... Drei Türen an der Zahl raus. Das passt sogar für uns. Fällt mir gerade auf. So. Drei Türen. Oben zwei. Unten eine. Nein. Warum kann ich die nicht platzieren? Mir war so als ob ich das mal... Könnte. Ähm. Das macht gar nichts. Dann... Machen wir das halt so. Lassen wir mal so. Ich habe da schon eine andere Lösung für. Hier. So. Haben wir das. Und... Hier können wir zwei Druckplatten machen. Haben wir ja genau das dazu. Die können wir hier innen drin. Dann, dann. Perfekt. Und hier außen hätte ich noch gerne einen Zaun. Zaun sieht hier wie aus. Was ist hier die beste Farbe für Eichenholz? Zahnen sieht es so aus. Und hier. Fichtenholz. Da nehme ich auch Eichenholz. Das ist einfach heller. So. Das war... Außen so und Innensticks. Na ja. Genau. Ist ja auch wieder anders da in der 1.8. So. Wie sieht es hier aus? Gut. Ähm. Eichenholz. Brauchen wir noch Sticks. La la. La la. So. Cool. Da fehlt noch. 1, 2, 3, 4. Okay. So. Ich denke das reicht. Jo. Dat reicht. So ist das cool. Haben wir Kies? 2. Wow. Hier sieht es. Gut aus. Lassen wir noch 2. Komm. Wir können auch vollster schmelzen lassen. Das macht jetzt auch nicht mehr viel aus. Oh. Wir sind schon bei 18 Minuten. Ah. Geht die. Vergeht die Zeit immer. Ähm. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir machen hier mal überall Glasscheiben rein. Und ja. Bis denn. No. Ciao. Ciao. Musik Musik